Wir hatten die Aufgabe, Bruder Anatoly zu kontaktieren und zu fragen, ob er in Zukunft Bibeln erhalten wollte. Denn wir wussten, dass Menschen aus ganz Russland zu seinem Haus kamen und nach Bibeln fragten. Und als wir ihn fragten, sagte er, was auch immer der Herr zur Verfügung stellt, ist gut. Aber ihr müsst eines wissen, denn er kannte auch die Gefahr, weil er früher mit dem KGB zu tun hatte. Der KGB war hier und sie verboten mir, Bibeln aus Schweden zu erhalten. Dann fing er an zu lachen und sagte, weißt du, jetzt werde ich sie aus den Niederlanden bekommen. Herzlich willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. Danke, dass ihr heute dabei seid. Wir haben bei uns Klaas Murling aus den Niederlanden. Er ist Bibelschmuggler von Beruf. Und wir gehen heute mit ihm nach Russland, respektive in eine Zeit, in der Russland noch die Sowjetunion war. Klaas, herzlich willkommen. Danke, es ist schön, hier zu sein. Klaas, du bist zu Zeiten der Sowjetunion dorthin gereist. Das erste Mal, was hast du vorgefunden? Wie war die Situation im Land? Nun, die Sowjetunion war ein riesiger Staat, in dem der Kommunismus sehr stark war. Und nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in vielen anderen kommunistischen Ländern. Moskau war das Zentrum aller kommunistischen Bewegungen der ganzen Welt. Es war ein Staat, in dem die Opposition unterdrückt wurde. Und in dem es auch für die Christen sehr schwierig war. Pastoren wurden verhaftet. Christen, die im Dienst tätig waren, wurden in Arbeitslager, Gefängnisse und sogar in psychiatrische Kliniken gesteckt. Ich erinnere mich an Anna Tschertkova, die wegen ihrer Arbeit in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde. Und dann mit Medikamenten vollgestopft wahrscheinlich. Ach, du liebe Zeit. Ich denke, wenn wir damals, 1982, den Weltverfolgungsindex gehabt hätten, wäre die Sowjetunion wahrscheinlich auf Platz 1 gewesen. Wirklich? Ja, um dir eine Vorstellung davon zu geben, wie schwierig es für die Kirche in der Sowjetunion war. Damals herrschte ein großer Bedarf an Bibeln. Es war verboten, eine Bibel zu besitzen. Es gab also eine Menge Arbeit für Open Doors, Bibeln ins Land zu bringen. Wie habt ihr denn Bibeln geschmuggelt? Es war ja nun nicht sehr leicht, kann man ja nicht behaupten. Aber wahrscheinlich habt ihr verschiedene Methoden genutzt, um dort hinzukommen? Nein, es war schon schwierig, Bibeln in die osteuropäischen Länder zu bekommen und in die Sowjetunion noch mehr. Auch weil es in jenen Jahren, als wir in die UdSSR reisten, wie zum Beispiel 1982, nicht möglich war, einzeln oder mit dem Auto zu reisen. Man musste in der Gruppe reisen. Also entwickelten wir eine neue Methode, um Bibeln in einem Wintermantel zu schmuggeln. Was? Ja, aber da passt ja jetzt nicht so viel rein. Zwei Taschen? Ja, 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 ja. Die Frauen in unserem Team haben diesen Mantel mit einer zweiten, versteckten Schicht genäht. Der Mantel reichte von den Schultern bis zu meinen Knien. Er war gefüllt mit Taschen, in denen Bibeln versteckt werden konnten, sodass es sich anfühlte wie eine Mauer aus Beton um einen herum. Eine Mauer gefüllt mit Bibeln. Ach du, ahnst du nicht. Und 60 Bibeln waren ziemlich schwer. 60? Yes. Je 60 Bibeln für mich und für meine Frau. Vielleicht werden ein paar Zuschauer denken, 120 Bibeln mitzubringen, ist das die Mühe wert? Aber jede Bibel zählte, weil der Bedarf groß war. Aber weißt du, das war neu für Anneke und mich. Also haben wir uns gedacht, es auszuprobieren und sind mit unseren Mänteln voller Bibeln zu unseren Nachbarn gegangen. Nur um zu sehen, wie sie reagieren oder ob sie vielleicht etwas Verdächtiges bemerken. Das Komische war, dass unsere beiden Mäntel gleich aussahen. Damals konnte es passieren, dass Männer und Frauen die gleichen Mäntel trugen. Partner-Look. Yes. Ja. Aber wir mussten einfach mit unseren Nachbarn reden und es herausfinden. Und um ehrlich zu sein, von außen konnte man nicht sehen, dass Bibeln im Mantel versteckt waren. Tja, Bibeln im Mantel. Das gibt es ja nicht. Hier hinten hast du ja einen Mantel. Ist das so ein Exemplar? Das ist genau der Mantel von damals. Das kann man nicht glauben. Darf ich den mal sehen? Darf ich den mal anprobieren? Of course. Natürlich. Okay. Let's give it a try. Okay, komm. Versuchen wir es mal. Ich hole ihn für dich. Aber ich warne dich, er ist sehr schwer. Er ist nicht mal vollgepackt. Ja. Wie viele Bibeln sind denn da jetzt so drin? Jetzt sind etwas mehr als zehn Bibeln drin. Sagen wir zehn Bibeln. Und da passen 60 rein. Das ist schon ganz schön anständig hier. Ja, ja, ja. Meine Güte. Und warm. Heiß. Jetzt schon? Jetzt stell dir mal vor, da wären sechsmal so viele Bibeln drin. Aber jetzt, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die entdecke. Wo sollen denn die sein, die Bibeln? Siehst du sie nicht? Nee, wirklich nicht. Aber wenn ich dieses Stück Stoff anhebe, ja, dann werden Taschen sichtbar. Siehst du, hier ist eine große Tasche. Ja. Ja, und nur eine Bibel ist da drin. So, siehst du? Ja. Und dann sind die Bibeln vom Knie bis zur Schulter gleichmäßig aufgeteilt. Und es passt sehr gut. Ja, aber du kannst ja praktisch nur so laufen. Wie so ein Roboter. Ja, das ist das Komische. Man muss also üben, damit zu laufen. Du bist ja noch ein Mann, aber deine Frau hatte das ja auch. Ja, ja, ja. Super. Vielen, vielen Dank, dass ich den probieren durfte. Ja, sure. Darf ich ihn dir wiedergeben? Ja, gern geschehen. Danke. 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 Wenn du das erzählst, ist es schon krass. Aber wenn man das anhat und noch nicht die volle Ladung, dann ist es kaum denkbar. Ich kann es mir genau vorstellen. Ja, mit 60 Bibeln ist es schon sehr schwer. Ja. Der Vorteil ist, wenn man es um die Schultern hat, kann man es ein bisschen leichter tragen. Aber trotzdem, ja. Aber wie war das denn dann bei eurer ersten Reise in der Realität? Es war sehr aufregend, denn wir reisten mit einer kommunistischen Gruppe. Es waren verschiedene Leute, die etwas mit dem Kommunismus zu tun hatten und die Sowjetunion feierten. Da hättest du wahrscheinlich am liebsten schon mal die Bibeln verteilt, gleich dort. Ja, das stimmt, ja. Es war unsere große Aufgabe für diese Reise. Meine Frau und ich reisten also nach Amsterdam zu dem kommunistischen Reisebüro, das unsere Reisen koordinierte. Wir hatten ein Briefing mit all den anderen Reisenden. Und nach einiger Zeit schaute der Mann vom Reisebüro mir direkt in die Augen. Und er sagte, es gibt verrückte Leute, die Bibeln mit auf diese Reise nehmen. Ja. Und ich warne sie, tun sie so etwas nicht. Und er sah mir weiter in die Augen. Nee, das war ein Schuss von Bug. Als ob er wüsste, dass ich bei Open Doors arbeite und Bibeln mitbringen würde. Natürlich konnte er das nicht wissen. Aber ich wusste nicht, wie ich schauen sollte. Ich versuchte, ihn anzuschauen, aber ich hatte keine Ahnung, welche Farbe mein Gesicht bekam. Und er sagte klar und deutlich, wenn man Bibeln mitbringt und an der Grenze erwischt wird, wird die ganze Gruppe zurückgeschickt und es wäre ihre Schuld. Da wusstest du aber Bescheid. Meine Frau und ich waren froh, dass wir das Gebäude verlassen konnten. Und dann kam der Tag der Abreise. Wir gingen mit unseren Mänteln zum Amsterdamer Flughafen. Die Kontrollpunkte waren nicht so wie heute, denn heute wäre das gar nicht mehr möglich. Wir sind einfach mit unseren Mänteln, die mit Bibeln gefüllt waren, durch die Kontrolle gelaufen. Hinter dem Zoll trafen wir uns mit dem Rest der Gruppe. Und irgendwann fragte einer aus der Gruppe, seid ihr nervös oder was ist los? Und wir dachten, oh oh. Und dann dämmert es uns plötzlich. Ja, wir sind nervös. Weil wir zum ersten Mal fliegen. Und das war die Wahrheit. Und ein weiterer Grund, nervös zu sein, ist, dass wir mit Aeroflot fliegen würden. Eine nicht gerade zuverlässige Fluggesellschaft. Aber über den dritten Grund haben wir natürlich nicht gesprochen. Dann war es an der Zeit, das Flugzeug zu betreten. Es war mitten im Winter. Also hatten sie die Heizung voll aufgedreht. Zumindest schien es so. Es war brüllend heiß im Flugzeug. Ja, aber der Mantel, der war ja eben schon, als ich den anprobiert habe, total heiß. Natürlich, ja. Es war also doppelt so heiß im Flugzeug. Wir hatten es sehr eilig, unseren Mantel loszuwerden und ihn in das Gepäckfach zu legen. Aber egal, was ich versucht habe, er hat nicht gepasst. Mit 60 Bibeln, klar. Er war viel zu sperrig. Und ursprünglich hatte ich dann vor, den Mantel auf unsere Sitze zu legen. Aber wegen der vielen Bibeln im Mantel stand er fast senkrecht nach oben. Da merkte man schon, dass wir keine professionellen Schmuggler waren. Aber wir haben eine Reisetasche draufgelegt und versucht, ihn ein bisschen zu verstecken. Im Flugzeug beteten wir das Schmugglergebet, das Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, uns beigebracht hat. Herr, in biblischen Zeiten hast du die Blinden sehend gemacht. Und jetzt beten wir, dass du die sehenden Augen blind machst. Und wir fügten hinzu, und wenn sie uns durchsuchen, lass ihre Hände nicht fühlen, dass wir etwas in unseren Mänteln versteckt haben. Du kannst dir vorstellen, dass wir angespannt waren. Aber auf dem Flughafen hatten wir überhaupt keine Probleme. Wir konnten einfach durchgehen. Aber einer unserer Mitreisenden hatte ein Problem, weil sie bei ihm russisches Geld, Rubel, gefunden hatten. Versteckt in seiner Zahnpastatube. Er geriet in Schwierigkeiten, wir konnten aber einfach ins Land einreisen. Ich habe mir gerade überlegt, wie der die da reingekriegt hat. Ja, das war auch eine Leistung. Unfassbar. Dann waren wir also im Land, und wir lobten Gott für seine Fürsorge an der Grenze. Aber dann kam das nächste Problem. Wir waren ja an die Gruppe gebunden, doch wir wollten Christen besuchen und ihnen diese Bibeln bringen. Also haben wir sie aus dem Mantel in eine Tasche gepackt. Und am nächsten Tag gelang es uns, der Gruppe zu entkommen. Anneke hatte sozusagen Kopfschmerzen. Wir gingen also zurück in unser Zimmer, zogen uns warm an und nahmen die mit Bibeln gefüllte Tasche mit. Und dann gingen wir zur Metrostation und nahmen schließlich einen Bus an den Stadtrand von Moskau. Und in diesem Bus war so viel los, dass wir zwischen den Leuten stehen mussten. Es war sehr eng. Hätten wir also die Bibeln in unseren Mänteln gehabt, hätte es nicht funktioniert. Das wäre gar nicht gegangen. So war es richtig. Wir haben uns so gekleidet, dass die Leute sogar dachten, wir wären Russen. Sie fingen an, Russisch mit uns zu sprechen. Und endlich fanden wir das richtige Wohnhaus. Wir hatten den Weg auswendig gelernt. Wir schafften es auch, die richtige Etage und Wohnung zu finden. Dort öffnete eine Dame von etwa 60 Jahren die Tür, eine russische Babushka, eine Großmutter. Und das Problem war, dass sie nur Russisch sprach. Wir hatten ein paar Sätze auswendig gelernt. Wie, Miljubim was, wir lieben euch, oder Jesus Christus, prejot nasad, Jesus Christus kommt bald. Wir hofften, dass diese Sätze von Nutzen sein werden. So wie ein kleines Wörterbuch. So haben wir es geschafft, uns ein bisschen zu unterhalten. Und dann hatten Anneke und ich ein kleines Missverständnis. Wir wollten ihr ein Geschenk machen. Und dann hat Anneke ihr so ein kleines schwarzes Buch gegeben, wie dieses hier. Eine russische Bibel. Aber sie sah nicht, was außen drauf stand und was für ein Buch es war. Aber sie sagte sehr höflich, danke, spasibo. Aber dann öffnete sie das Büchlein. Und wir konnten in ihrem Gesicht sehen, dass sie überrascht war. In ihren Händen hielt sie das Wort Gottes, Slova Bosche, wie wir es damals nannten. Und sie hatte sich schon seit vielen, vielen Jahren nach einer persönlichen Bibel gesehen. Und jetzt hatte sie unerwartet die Bibel in der Hand und tat etwas sehr Überraschendes. Sie klappte das Buch mit einem Geräusch zu, führte es an ihren Mund und küsste es. Zu uns sprach das mehr als tausend Worte. Sie war so dankbar. Und wir dachten, darum geht es bei Open Doors. Was wir zusammen mit allen Unterstützern und Betern tun, verfolgten Christen Bibeln und Ermutigungen zukommen lassen. Und diese Christin war voller Freude. Sie ging in die Küche, um etwas zu essen und eine Suppe zu holen. Und sie sagte, Klaas, Anneke, Biblia, Miljubimwas, wir lieben euch. Und es war fantastisch. Später haben wir die restlichen Bibeln an ihre Enkelin weitergegeben. Und all diese Bibeln fanden ihren Weg zu dem Evangelisten Josef Bondarenko. Und er nahm sie mit nach Sibirien, um dort im Geheimen zu arbeiten. Ja, großartig. Die Reaktion dieser Christin werde ich nie vergessen. Och, dank dir, Klaas. Danke für diese großartige Geschichte. Hast du noch eine kleine Geschichte? Wir sind leider gegen das Ende der Zeit schon, aber hast du noch eine kleine Geschichte? Am Ende dieser Reise sollten wir uns mit Bruder Anatoly treffen, der viele Jahre im Arbeitslager gewesen war. Wir hatten die Aufgabe, ihn zu kontaktieren und zu fragen, ob er in Zukunft Bibeln erhalten wollte. Denn wir wussten, dass Menschen aus ganz Russland zu seinem Haus kamen und nach Bibeln fragten. Und als wir ihn fragten, sagte er, was auch immer der Herr zur Verfügung stellt, ist gut. Aber ihr müsst eines wissen. Denn er kannte auch die Gefahr, weil er früher mit dem KGB zu tun hatte. Der KGB war hier. Und sie verboten mir, Bibeln aus Schweden zu erhalten. Und dann fing er an zu lachen und sagte, weißt du, jetzt werde ich sie aus den Niederlanden bekommen. Kein Verbot. Wir hatten eine schöne Zeit mit seiner Familie. Anneke spielte dort Klavier und wir beide, wir sangen einige christliche Lieder. Später, als wir aufhörten zu singen, hörten wir unseren Gesang aus dem Schlafzimmer. Anscheinend hatten die beiden Söhne unseren Gesang aufgenommen, um es auf Band zu haben. Sagenhaft. Dank dir sehr, sehr, Klaas, für diese Geschichten. Wir tauchen jetzt richtig ein in die Sowjetunion. Und das nächste Mal werden wir darüber sprechen, dass du tatsächlich vom KGB gefangen genommen worden bist. Das interessiert mich wirklich sehr. Und ja, wenn es dich auch interessiert, dann schalt gerne zu. Und wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Tschüss. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de slash magazin